Wusstest du, dass du 200 Euro im Jahr zurück bekommst, wenn du Mitglied bei der Viaktiv Krankenkasse bist und regelmäßig bei Pazuru trainierst? Liebe Pazuru-Mitglieder, wir sind seit Anfang des Jahres zertifizierter Kooperationspartner von der Viaktiv Krankenkasse und heute bin ich auch zu Besuch hier und gleich werden euch Dana und Susanne erklären, wie ihr an diesen coolen Bonus kommt. Wir lohnen dein regelmäßiges Training bei Pazuru mit 200 Euro im Jahr. Das bedeutet für dich, dass du bis zu drei Monaten kostenfrei pro Jahr trainieren kannst und das Beste, dass das auch schon für die Kinder ab dem sechsten Lebensjahr zählt. Du Susanne, sag mal, wie kommen denn die fleißigen Kinderteams und Erwachsenen überhaupt an ihren Bonus? Ja, das ist ganz einfach. Sprecht uns einfach an. Wir sind zum Beispiel persönlich vor Ort in Solingen am Montag, den 17.8. oder am Donnerstag, den 20.8. in Hahn jeweils ab 16 Uhr. Ja, und wenn die Termine nicht passen, auch ich trainiere bei Pazuru. Wenn ihr mich irgendwo seht, sprecht mich gerne auch jederzeit im Feierabend und beim Training an. Ich bin für alle da und offen. Und wie kommt ihr nun genau an den Bonus? Die Kinder und die Teens haben ja dieses Pazuru-Heft, den Pass. Auf dem Pass wird ja auf der Rückseite entsprechend für jede Trainingseinheit ein Stempel gesetzt. Wenn ihr zehn Stempel voll habt, sprich zehn Trainingseinheiten durchgeführt habt, schickt ihr bitte per E-Mail ein Foto von dem Pass, von der Rückseite und eurem Namen an das Pazuru-Team. Dann kann das Pazuru-Team alles Weitere mit uns in die Wege leiten. Und Susanne, wie läuft das bei den Erwachsenen? Was müssen die machen? Also ganz einfach, schickt einfach eine E-Mail nach zehn Trainingseinheiten an das Pazuru-Team und dann selbst regeln wir für euch. Wir freuen uns auf euch!